Hi, ich bin Rebecca und das ist meine Fitness-Story in 20 Sekunden. Vor 10 Jahren habe ich mich als kompletter Neuling im Gym angemeldet und mit verschiedenen Kursen gestartet. Und ich sag's dir lieber auf den ersten Blick, das hat mir so viel Spaß gemacht, sodass daraus ein richtiger Lifestyle geworden ist. Ein paar Monate später habe ich dann aber zum Kraftsport gefunden und bin stärker und natürlich auch muskulöser geworden. Und 2017 war ich dann sogar auf der Bühne, was mit zweimal Training am Tag und einer sehr langen, sehr anstrengenden und sehr ungesunden Diät verbunden war. Leider hat das auch meiner Psyche gar nicht gut getan, sodass ich ein paar Jahre lang mit einer Art Essstörung, würde ich doch meinen, und Depressionen zu kämpfen hatte. Sport war dann für mich ein absoluter Zwang und hatte mit Freude absolut gar nichts mehr zu tun. Aber heute bin ich very, very happy mit mir und meinem Körper und meinem Leben und auch mit meinem ganzen Fitness-Game. Und wenn du magst, zeig ich dir jetzt Schritt für Schritt, wie ich das gemacht habe. Schritt Nummer 1, du musst starten. Bevor wir zum Trainingsplan, zur Ernährung, den Routinen und den Zielen kommen, musst du eine wirklich wichtige Sache machen. Denn du musst dich entscheiden. Entscheide dich nämlich jetzt anzufangen. Du kannst noch heute mit deinem ganz persönlichen Gym-Girl-Lifestyle anfangen. Und das ist völlig egal, ob du Anfänger bist oder wieder neu einsteigen möchtest. Und denk dran, dass Sport nicht nur deinem Körper, sondern auch deinem Geist gut tut. Verbessert nämlich deine Stimmung, reduziert Stress und steigert deine Energie. Und du musst auch nicht perfekt sein, um anzufangen. Jeder hat mal angefangen und es ist völlig okay, wenn du noch nicht so fit oder erfahren bist. Beginne einfach mit kleinen Schritten und setze realistische Ziele. Wähle Aktivitäten, die dir Spaß machen, um motiviert und dran zu bleiben. Ich bin dir ehrlich, es wird Herausforderungen geben, okay. Aber sei geduldig mit dir und gib auf gar keinen Fall auf. Such dir vielleicht Unterstützung bei Freunden, Familie oder einem Trainer. Und vor allem glaub an dich und deine Fähigkeiten, deine Ziele zu erreichen, okay. Jeder Schritt, den du heute tust, bringt dich näher zu deinem gesünderen, aktiveren Leben. Also, worauf wartest du noch? Schritt 2, erstelle deinen Trainingsplan. Beziehungsweise finde eine Aktivität, die du wirklich, wirklich magst. Und ja, wirklich, wirklich magst. Denn ich habe lange gedacht, dass es nur diesen einen Weg gibt, okay. Krafttraining im Gym, Kalorien zählen, viel Po-Training, regelmäßige, lange Cardio-Sessions. Und wenn das alles für dich der Inbegriff von Freude ist, dann völlig okay. Go for it. Damit ist auch nichts falsch, aber es hat sich für mich einfach herausgestellt, dass es das halt irgendwie für mich nicht ist. Als ich dann 2018 einen Monat auf Forte Ventura für RTL 2 und diese Fitness-Serie gedreht habe, habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich das klassische ins Gym gehen irgendwie nicht so mag und dass ich viel mehr Freude an beispielsweise komplexen Sprungen und Ausdauerübungen habe. Mir hat das einfach so viel Spaß gemacht, auch einfach mal fit und sportlich zu sein und zum Beispiel ein spontanes Wettrennen mit meinem Teamkollegen zu machen oder in der Gruppe einen kleinen Berg hoch zu joggen. Und trotzdem habe ich dann leider vier weitere Jahre versucht, dem Kraftsport und dem für mich damit verbundenen Lifestyle irgendwie gerecht zu werden. Mein Ziel war es ja auch irgendwie ständig besser auszusehen bzw. abzunehmen und das hatte dann die Folge, dass ich mit meinem Gewicht auch ständig geschwankt bin, dauerhaft Diäten gestartet habe und unterm Strich einfach nur unzufrieden war. Und falls du dich da irgendwo wieder siehst, dann ist das jetzt hier dein Zeichen, genau jetzt keine Zeit mehr zu verschwenden und endlich Sport mit Freude zu verbinden. Als ich dann vor zwölf Monaten die Entscheidung gefasst habe, mich auf die Suche nach einem Training zu machen, was mir wirklich Freude macht, hat es zwar so ein bisschen gedauert, aber nach circa drei Monaten bin ich dann wieder zu den Classes gekommen, die ich ja vor zehn Jahren das letzte Mal gemacht hatte. Und let me tell you, seitdem ist kein einziger Tag mehr vergangen, an dem ich nicht vom ganzen Herzen froh darüber war, mein Training umgestellt zu haben, weil Körper und Seele einfach nur happy sind. Also mein Tipp an dich, trau dich mal was Neues zu probieren. Entdecke entweder komplett neue Sportarten oder ganz ehrlich einfach zu Hause oder im Gym. Vielleicht überlegst du dir auch eigene Workouts und je mehr du testest, desto schneller findest du deine Happy Workout Routine, das verspreche ich dir. Schritt 3, kümmere dich um deine Ernährung. Unsere Ernährung spielt eine entscheidende Rolle für unsere Fitness und eine ausgewogene Ernährung ist essentiell, um den Körper mit richtigen Nährstoffen zu versorgen und Energie für körperliche Aktivitäten wie halt Sport bereitzustellen. Und natürlich ist es völlig okay, auch ab und zu mal zu Lebensmitteln zu greifen, die eigentlich so gar nicht in unseren angestrebten Rahmen fallen. Aber ich spreche da wirklich aus Erfahrung, wenn ich dir sage, dass dieser ganze Fitness-Lifestyle sehr häufig eine ungesunde und gestörte Art der Nahrungsaufnahme als bewusst und gesund verkauft. Und wir geben dem jetzt aber einfach gar keine Aufmerksamkeit mehr, sondern verabschieden uns alle in dieser Sekunde kompromisslos, okay? Von Cheat Days, zwanghaften Kalorien zählen, den ganzen unnötigen Fitness-Mythen, wie zum Beispiel dem Glauben, dass wir Tiere essen müssen, um Muskeln aufzubauen, okay? Wie machen wir das jetzt richtig? Fakt ist, dass wir durch unsere Nahrung, unsere Energiebereitstellung, unsere Nährstoffversorgung, unseren Muskelaufbau, unsere Hydration und auch unser Körpergewichtsmanagement gewährleisten. Klingt komplizierter, als es ist. Einfach gesagt, wir wählen gute Lebensmittel, weil wir unseren Körper lieben. Falls dich das Thema noch ein bisschen mehr interessiert, empfehle ich dir auf jeden Fall meinen YouTube Ernährungsguide. Den Link findest du in der Infobox. Und lass dich nicht entmutigen, jeder hat so seine Herausforderungen mit dem Thema Ernährung und ich habe ja erst vor circa zwei Jahren so meinen Weg gefunden und das bedeutet auch nicht, dass ich gar keine Schwierigkeiten mehr habe. Einige kennen ja meine größte Schwäche. Ich kann ja absolut gar nicht kochen. Und deswegen freue ich mich jetzt so unfassbar, dass ich für dieses Video die beste Unterstützung und einen ganz besonderen Partner bekommen habe. Hello Fresh! Habe ich natürlich schon unzählige Male, genau wie du, auf Social Media gesehen. Aber weil ich halt überhaupt nicht kochen kann, habe ich dann, ehrlich gesagt, immer weitergeschaltet. Was richtig schade ist, weil ich vor ein paar Wochen die Möglichkeit bekommen habe, mir das Ganze mal etwas genauer anzuschauen und dadurch verstanden habe, dass das ja wirklich super easy ist. Denn Hello Fresh! hilft dir jede Woche zu einem entspannteren Alltag. Das heißt, du wählst deine Lieblingsgerichte aus und sie liefern sie dir ganz frisch zu dir direkt an die Haustür. Ich bin jetzt hier in der Küche, ich wäre jetzt ein recht ungewohntes Bild von mir. Aber es läuft bis jetzt ganz gut. Wir kochen hier gerade unseren Reis. In unser Wasser kommt jetzt ein kleines bisschen Salz rein und dann auch schon der Reis. Hier ist eine Zwiebel dabei, ihr wisst, ich mag Zwiebel nicht so gerne. Deswegen werde ich eventuell darauf verzichten, obwohl wir das auch eigentlich mal testen könnten. Egal, wir gucken mal. Entweder ich verzichte auf die Zwiebel, dann wird der Alchendie später irgendwie in sein Essen reinschnippeln. Oder wir machen die doch, anyway. Und so funktioniert's. Du stellst dir deine ganz persönliche Lieblingsbox zusammen. Dabei gibst du an, was deine Vorlieben sind, wie viele Leute du bekochen möchtest und vor allem, wie oft du kochen möchtest. Du kannst sogar angeben, ob du einen Thermomix besitzt. Kleine Frage in die Runde, wer hat denn so ein wildes Ding? Und dann wählst du wöchentlich aus 34 wechselnden Gerichten aus, was du ansprechend findest. Und dabei hast du immer einen guten Blick auf die Dauer der Zubereitung, den Schwierigkeitsgrad, die Kalorien, die Allergene und eine ausführliche Beschreibung. Ja, und dann bekommst du auch schon ganz genau die Zutaten nach Hause, die du für dieses Gericht brauchst und kannst dann easy peasy das Rezept nachkochen. Und HelloFresh möchte nicht nur mich beim Thema Clean Eating unterstützen, sondern auch dich. Und mit dem Gutscheincode RebeccaBlank sparst du in Deutschland bis zu 90 Euro auf deine ersten vier Boxen. Du bekommst obendrauf auch noch kostenlosen Versand für die erste Box. Und der kleine Hinweis für uns als Community und diesen Kanal zum Wachsen ist es wirklich wichtig, dass ihr über den Link in der Infobox dann auf die HelloFresh-Seite geht, um nicht nur kinderleicht zu schlemmen, sondern auch noch maximal abzusparen. Und ich bin dir ehrlich, ich war anfangs relativ kritisch, aber ich muss sagen, HelloFresh ist wirklich eine tolle Lösung für eine einfache und vor allem eine bewusste Ernährung. Ist halt wirklich so Clean Eating leicht gemacht, ne? Okay, Essen ist fertig. Ich schneide dich hier auf mein Stadion und dann guck mal. So sollte es aussehen. Ich finde, das haben wir richtig gut gemacht. Avocado-Reis mit Paprika-Mais, wie nennt sich das? Fajita-Gemüse-Pfanne und Kräuter-Mayonnaise, die habe ich hier. Das war ja für zwei Personen und das kommt sehr, sehr gut hin. Das ist jetzt eine viel größere Portion, die werde ich dem Aldin gleich geben. Ich habe die etwas kleinere, unfassbar viele noch über und generell auch Mais und Paprika, weil ich einfach ein bisschen weniger gemacht habe, weil ich mir schon gedacht habe, dass das relativ viel wird. So und ich habe die Zwiebel rausgelassen, weil die kann Aldin dann später für irgendwas anderes bewerten. Ihr wisst ja, dass ich Knoblauch und Zwiebeln nicht so gerne mag. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, einfach Avocado unter den Reis zu mischen. Okay, ciao. Entschuldigung, aber ich kann jetzt offiziell kochen. Ich schwöre, das schmeckt so gut. Ich wünsche dir, werdet jetzt Gast bei mir. Von 1 bis 10 ist das eine 9,5 von 10. 9,5 auch nur, weil ich glaube, jemand, der kochen kann, hätte das noch so ein bisschen liebevoller und besser hergerichtet als ich. Wir haben hier keine künstlichen Farbstoffe, keine künstlichen Aromen, keine Glutamate. Wir haben hier wirklich vollwertige, gute Lebensmittel. Die allerfrischsten Lebensmittel, die kommen auch direkt vom Erzeuger. Sie sind auch regional. Und worauf ich mich am meisten freue, ist, wenn Aldi nachher nach Hause kommt, wenn ich ihm sage, ich habe gekocht. Das habe ich nämlich noch nie gesagt. Schritt 4, entwickle deine Pre-Workout-Routine. Und diesen Schritt zelebriere ich jedes Mal. Und ehrlich gesagt, ist da für mich auch so ein bisschen der große Hebel, um den Druck aus dem sportlichen Lifestyle so rauszunehmen. Und in meiner Pre-Workout-Routine darf aktuell ein kleines Get-Ready-With-Me nicht fehlen. Und hier scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, das weiß ich. Es gibt Phasen, in denen auch ich lieber ungeschminkt und im Oversize-Hoodie ins Gym gehe. Aber aktuell, okay, liebe ich ein kleines Glow-Up, bevor ich ins Gym gehe, weil ich daran einfach Freude habe und es mich richtig in Stimmung bringt. Und falls du dazu Fragen hast oder ein ausführliches Video sehen magst, lass es mich gerne jetzt mit deinem Support für dieses Video wissen. Meine Gym-Tasche ist dann auch gepackt und ich widme mich jetzt meinen Shakes. Vor dem Training nehme ich immer etwas Kreatin, was die körperliche Leistung im Schnellkrafttraining und auch bei kurzer, intensiver körperlicher Betätigung erhöht. Achte beim Kauf auf jeden Fall darauf, dass das Kreatin vegan ist, damit du deinem Körper auch wirklich was Gutes tust. Außerdem ist das vegane Pulver sehr gut löslich und du kannst es dann ideal in Wasser, Saft oder in deinem Shake einfach mischen. Dazu kommt dann etwas von einem Metabolismus-Booster, der seinen Ursprung zugegeben eigentlich im Wettkampfsport hat. Aber auch für mein Training kann ich da wirklich gute Benefits ziehen. Und auch die Shakes für später bereite ich mir dann direkt zu. Und da habe ich zum einen eine spezielle Kohlenhydrat-Elektrolyt-Lösung, die die Aufnahme des Wassers bei körperlicher Betätigung, wie halt meinem wirklich höchst intensiven Training, verbessert. Und zum anderen habe ich da noch einen klassischen veganen Proteinshake mit allen Aminosäuren, mit denen meine Muskulatur dann perfekt versorgt ist. Und dann ziehe ich mir meistens auch schon meine Sportsachen an und gehe dann richtig bewusst und höchst motiviert in Richtung Gym. Schritt 5, Gym- und Post-Workout-Routine. Je nachdem, welchen Kurs ich mache, bereite ich mich dann vor und zugegeben, in meinen Classes ist nur ein ganz kleines Warm-Up. Aber das ist halt ehrlich gesagt keinesfalls ausreichend, weshalb ich mir fest vorgenommen habe, mich zusätzlich 10 Minuten vorher aufzuwärmen, um langfristig einfach keine Verletzungen davon zu tragen. Und dann beginnt auch schon die Magic. 1-2 Stunden intensives Training, viel Schweiß, jedes Mal ein Schritt über meine Grenzen und am Ende ein unfassbar glückliches Gefühl. Das ist einfach so erfüllend und es gibt Real Talk nur ein Gefühl, was noch besser ist danach, nämlich eine richtig schöne intensive Dusche. Entweder halt im Gym oder wie heute ganz ausgiebig zu Hause. Okay, super ehrliches Fazit. Obwohl ich Sport nicht immer mache, um meinen Körper zu formen, stelle ich schon fest, dass ich noch nie so fit und sportlich ausgesehen habe wie aktuell. Und natürlich ist der intensive Kraftsport, den ich damals gemacht habe, auch nicht ganz unschuldig daran. Aber trotzdem sah ich für mich auch noch nie so gut aus wie jetzt. Und noch viel wichtiger, ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Der Schlüssel lag für mich also definitiv darin, etwas zu finden, was mir Spaß macht und dann regelmäßig mit Herz und Leidenschaft zu sporteln. Und deswegen sieht meine Gleichung, um meine persönliche Version vom Gym Girl zu werden, so aus. Du nimmst eine sportliche Aktivität, die dir Spaß macht und fügst eine gesunde, vegane Ernährung dazu. Es ist also gar nicht so kompliziert, wie es aussieht. Man braucht nur ein kleines bisschen Routine. Probier es gerne mal aus. Und das war sie also, meine Fitnessroutine beziehungsweise in fünf Schritten zum Gym Girl. Kleiner Reminder an der Stelle, dass du deine Version des Gym Girls für dich definierst. Und falls du irgendwo noch Schwierigkeiten hast, dann lass mich das auf jeden Fall gerne wissen. Vielleicht kann ich dir ja dabei helfen. Ich bin mir sicher, wir kriegen das hin. Deswegen abonnier auch unbedingt diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen, denn wir sehen uns schon am Sonntag wieder. Ein ganz großes Danke natürlich an HelloFresh, die nicht nur mich bei meiner Fitnessjourney unterstützen, sondern auch euch mit dem Rabattcode. Schaut für alle Infos nochmal gerne in der Infobox vorbei. Und ein noch viel größeres Danke natürlich an euch und euren aktiven Support zur Zeit. Ich sehe wirklich alles und ich freue mich so maximal über jedes liebe Kommentar, jeden Daumen hoch, jede Nachricht und einfach, dass ihr am Start seid. Und das war es dann auch schon mit diesem Video. Ich sage, macht's gut, bis dahin und tschüss.